So, dann haben wir einen Vergaser, der schon von außen sehr schmackhaft aussieht. Mal gucken, ob wir hier mal aufmachen. Mal gucken, wie die Schwimmerkammer aussieht. Dafür habe ich dann wie immer meine kleinen Teile hier vorbereitet, wo ich die Teile Vergaser für Vergaser mäßig reintun, damit man nicht zueinander kommt. Da mache ich heute mal extra Video, weil Ergon immer sagt, ich bin ja nie zu sehen auf den Videos. Ich könnte mich ja hinterher dann auch, wenn die Kripo kommt, nachweisen. Da machen wir schon mal die Schwimmerkammer auf. Falls sich der eine oder andere mal gefragt hat, weil der Schwimmerkammerdeckel, was da noch so dran ist, haben wir noch zwei. Einmal die Schraube hier unten und einmal die große Schraube hier. Wenn man die rausdreht, dann kommt hier Benzin raus. So kann man im Prinzip, kann man dann im Winter, wenn man die Maschine ein paar Monate irgendwo lagert, kann man Benzin ablassen oder Schwimmerkammer, damit es da keine Ablagerungen gibt. Und hier der Teil kann man aufdrehen und dann kommt man an die Hauptdüse ran, die genau dahinter liegt. Das zeige ich jetzt mal, wenn ich den Deckel abmache. Dahinter ist die Hauptdüse. Aber wie man sieht, der ist so noch gefahren in den letzten Tagen. Und wie man dann sieht, was da an Ablagerungen drin ist, ist es auch schon erstaunlich. Das ist so, dass es keine Ahnung, was es sein könnte. Wer piepst denn hier? Öckel. Öckel piepst? Nein. Nein. So, dann ziehe ich jetzt den Schwimmer raus. Am Schwimmer hängt dann auch die Schwimmernadel dran. Die wird auf jeden Fall ersetzt. Der Schwimmer ist raus. Dann habe ich hier die Schwimmernadel, den Schwimmernadelsitz. Der ist mit der Schraube hier nur fixiert. Kann man rausdrehen. Dann nehme ich meine Alligatorzange von Knipex, um ein bisschen Werbung zu machen. Und ziehe den Sitz raus. Unten drunter ist noch ein Filter. Der sieht aber noch ganz gut aus. Da ist kein Dreck dran. Aber der wird auch ersetzt. Deswegen kann ich damit ein bisschen Brutalität rangehen. Dann löse ich hier die Hauptdüse. Die schraube ich raus. Unter der Hauptdüse hier drin. Da drin ist eine neue Dichtung. Die hole ich aber nachher erst raus. Und dann setze ich die dann auch. Dann habe ich hier für die Hauptnadel die Führung. Die ist hier unten drin. Ich mache das schon mal lose. Die Führung selber wird nach unten gedrückt. Und geht dann raus. Jetzt brauche ich meinen Achtorschlüssel, um die Führungsröhrchen hier komplett zu lösen. Normalerweise geht das relativ einfach raus. Aber da ist so viel Schmoller dran, dass man ein bisschen Gewalt braucht. Da ist auch eine kleine Unterlichtscheibe drunter. Die sollte man nicht ersetzen, nur sauber machen. Dann das Beschleunigungswüßchen hier an der Seite raus machen. Die mache ich zwar mit sauber, wenn die jetzt, wie die hier, einigermaßen offen sind, wäre, dann würde ich die nicht da drin lassen, würde ich die nur reinigen. So wird die also auch ersetzt. Und man sieht, es ist ziemlich viel Schmodder und Dreck in der Kammer. Das lässt dann nicht viel Gutes schließen. Hier war schon eine Schraube gelöst. Dadurch, dass da eine Haltung vom Vergaserblock dran war, die Schraube erstmal wieder reingestanden, damit die drauf passt. Hinter dem Deckel ist die Membrane, die mit einer Feder gehalten wird. Also ein bisschen den Deckel festhalten gleich, damit die Feder den Deckel nicht hoch schießt. Es ist zwar nicht viel Kraft hinter, aber wie man gerade die Stellung hat, fliegt der Deckel dann trotzdem weg. Da geht es noch, da ist keine Ablagerung hinter. Hier sieht man aber den Schmodder, der schon extrem drin ist. Da wird alles dreckig sein. Die Hauptnadel selber sieht eigentlich noch gut aus. Aber Dreck ist auch da drin. Wir hatten bei den Patienten, weil der Vergaser im Block gekauft worden ist, haben wir damals beim Einbau gesagt, gut zu sagen, wenn er läuft, ist gut. Dann sagen wir mal nicht ran ans System. Der sah eigentlich auch ganz einigermaßen manierlich aus. Hätte klappen können, dass er vielleicht noch längere Zeit fährt. Darum hatten wir hier nur die Hauptnadeln gewechselt. Da ist jetzt noch eine Dichtung drin. Und eine Unterlegscheibe. Die möchte meistens nicht, ohne was rauskommen. Dafür habe ich dann irgendwo noch eine Spitze liegen, da ich die rauskohlen kann. Raus isse. Wirkel braucht nicht mehr sieben. Dann haben wir noch eine Luftdüse hier unten. Die ist zwar selten, dass sie zu ist, aber auch ruhig rausschrauben und einmal mit sauber machen. Dann haben wir das auch hinter sich. Na, da ist sie. Kleines Missstück. Nicht verloren gehen. So, jetzt ist das Teil raus. Jetzt kann man hier mal eben ein bisschen am Rand das Teil vorsichtig runterdrücken. Dann ist die Führung von der Hauptnadel dann auch raus. Dann haben wir nur noch an einer Seite und dann haben wir die Beschleunigungsmembrane sitzen. Die dürfte erfahrungsgemäß wahrscheinlich voll mit Öl sein. Und man sieht schon, wenn man die Schraube abnimmt, wie viel Dreck da drauf ist. Weil das ist die Originalfarbe von dem Deckel. Da liegt auch eine Schraube hinter, die Mutter hinter, deswegen auch vorsichtig abnehmen, weil die ist ziemlich kräftig. Die ist also hier schon ziemlich verölt. Dann vorsichtig die Membrane hochziehen. Da sieht man, da ist Öl ohne Ende drin. Die hat sich also richtig voll gesorgt. Dann haben wir den Schok noch. Beziehungsweise nennt sich bei Yamaha dann die Starteinheit. Das machte ich hier der Sprengring drauf. Na, der möchte jetzt nicht so wie ich will. Das ist meistens über den kleinen Teilen. Das muss nur ein bisschen nach hinten geschoben werden. Dann kann ich ihn vorsichtig rausnehmen. Die Halterung. Nehmen wir einen kleinen Sprengang raus. Die Hülse ist hier drin. Da kommt das Gestänge vom Schokzug. Hängt da mit drin. Dafür habe ich dann eine 12er Nuss. Habe ich mir extra ein bisschen dünner geschliffen. weil sie nicht drauf passt. Und alles kommt man nicht ran. Dann kann man die rausnehmen. Auch eine Feder drin. Und einmal den Schok selber. Der gezogen wird mir jetzt. Somit haben wir den Vergaser einmal komplett zerlegt. Hier auf die Seite kommt normalerweise noch der Poti drauf. Den habe ich aber auch mit abgeschraubt. Damit wir ihn richtig überprüfend einstellen können. Und das wäre jetzt der Vergaser. Und von den Teilen kommt nach folgenden Sachen. Das Bad. Das Vergasergehäuse selber. Beziehungsweise ich habe ja hier nur einen Dünn. Das heißt also einmal kommt der Vergaser komplett rein. Die Deckel kommen mit rein. Sämtliche Düsen. Membranen. Alles mit rein. Außer die Schrauben selber und die Federn. Solange die nicht extrem verschmutzt sind. Das ist alles zusammen in einem Teil. Und das war das Zerlegen eines Vergasers.